Dicke, das schmeckt nach kalt. Gehirnfrust. Oh mein Gott, das hat wirklich weh getan gerade. Im Kopf ist da nichts tun, nicht so. Das Ding ist, wenn ich jetzt noch mal trinke, dann kommt der Gehirnfrust direkt wieder. Man muss so ein Delay lassen, wenn man Gehirnfrust hat. Was brauchst du, ich komm vorbei und bring dir was. Ähm, Kessler? Geld?